Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Green Border, der am 1. Februar in den deutschen Kinos startet. Ein Film, der schon längere Zeit im europäischen Kino, vor allem im Festivalkino im Umlauf ist und jetzt halt endlich den Weg nach Deutschland gefunden hat. Ich konnte ihn noch nicht sehen, ha, ich bin erst du, aber der Dom hat ihn gesehen, ha, Dominik. Hallo und habend auch. Ich kann kein Polnisch und deshalb spare ich mir das auch, irgendwas auf Polnisch zu sagen, außer vielleicht den Namen der Regisseurin. Der Name der Regisseurin, das mich jetzt versuchen, ist Agnieszka Holland, oder? Ist, glaube ich, sogar richtig ausgesprochen, ja, aber da ich nicht mal annähernd Pole bin, ist das mit Vorsicht zu genießen, wie ich das bestätigen kann. Ich will ehrlich sein, ich finde es lustig, dass sie Frau Holland mit Nachnamen heißt und nicht aus den Niederlanden kommt, aber das ist meine Art von Humor, muss nicht eure sein und deswegen, ja, kehren wir mal den Teppich rüber. Und reden über Green Border. Ich sagte schon bereits, der Film hatte seine Premiere gefeiert letztes Jahr bereits bei dem Filmfestspiel von Venedig und hat dort auch den Spezialpreis der Jury bekommen, was immer ein guter Indikator dafür ist, dass der Film auch irgendwann zu uns kommt. Und jetzt nach, ich würde sagen, knapp acht, neun Monaten hat er es dann endlich geschafft, am 1. Februar ist es. Dominik, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es in The Green Border? Ja, in The Green Border geht es, wie der Titel schon sagt, um die grüne Grenze beziehungsweise das Grenzschutzgebiet zwischen Polen und Belarus und dann eben auch anschließend daran Schweden und eben die Verhältnisse dort, die ja nicht erst seit kurzem schlichtweg katastrophal sind. Und das Ganze wird geschildert als Rückblende in das Jahr 2021, wo mehrere Flüchtlinge oder beziehungsweise Geflüchtete, muss man ja eher sagen, aus Syrien, Afghanistan und so weiter, erst am Flughafen ankommen. Und dann auch denken, dass sie relativ schnell von Belarus, also vom belarussischen Flughafen übersetzen können nach Polen. Allerdings, ja, stellt sich das Ganze als nicht halb so glorreich raus, wie sie sich das gedacht haben. Und sie werden dann zum Spielball von Grenzbeamten, Schleppern etc. Man muss allerdings dazu sagen, dass Agnieszka Holland das Ganze aus mehreren Perspektiven erzählt. Zum einen aus der dieser Geflüchtetengruppe, zum anderen aus der von Aktivisten, aber auch der von den Grenzbeamten beziehungsweise einem, der ja am Anfang noch relativ hinter dem steht, was er da tut und irgendwann dann Schwierigkeiten hat, noch in den Spiegel zu schauen. Okay, das klingt nach hartem Stoff, das klingt vor allem nach sehr viel. Ist es sehr viel oder schafft sich das relativ gut zu bündeln? Es ist sehr viel, es klingt jetzt aber auch, glaube ich, umfangreicher als es ist. Also der Film ist eingeteilt in vier Kapitel plus Epilog, wo das eben geschildert wird, also wie die Geflüchteten dort ankommen, wie ein Grenzbeamter seinem Tagwerk nachgeht, wie Aktivisten in das Ganze hineinkommen und auch wie wiederum eine Psychologin in diesen Aktivismus hineingerät, als sie einer bedürftigen Geflüchteten aus Afghanistan mitten in der Nacht aus, ja, davor bewahrt im Sumpf zu versinken. Und das ist zweifellos hart, aber das muss es auch sein. Es ist wirklich auf die denkbar ungeschminkteste Art und Weise, wie das hier präsentiert wird. Das hat teilweise auch schon einen gewissen dokumentarischen Charakter, vor allem am Anfang. Und manche Szenen sind tatsächlich wirklich schwer auszuhalten, weil eben illustriert wird, dass die Geflüchteten, ja, halt denken oder halt die Hoffnung haben, dass sie jetzt irgendwie aus ihren vom Bürgerkrieg zerrütteten Heimatländern jetzt hier eventuell eine neue Heimat finden in Europa und dann werden sie eines Besseren belehrt, ob es von den einzelnen Staaten ist oder eben leider auch von der Europäischen Union. Okay, kann man schon sagen, dass Green Border sich auch vielleicht sowohl als politisches Statement versteht, als Kommentar zur aktuellen Flüchtlingssituation oder entzieht sich der Film eher dieser Position? Entziehen tut er sich auf keinen Fall. Es ist ein Film gedreht mit sehr viel Wut im Bauch. Und Agnieszka Holland ist ja auch durchaus schon vorher auch als durchaus politisch motivierte Regisseurin auch in Erscheinung getreten. Sie hat ja beispielsweise auch mal Folgen der Netflix-Serie House of Cards inszeniert. Damit hält sie eigentlich auch nicht hinterm Berg. Und das Ganze hat ja in Polen auch eine dezidierte Hasskampagne losgetreten seitens des polnischen Staates. Also man hat lange wohl versucht, diesen Film aus den Kinos fernzuhalten. Dann hat man ihn aber doch letzten Endes zeigen müssen. Allerdings in Polen mit einem Disclaimer vom polnischen Staat, dass das Ganze totale Propaganda und nicht ernstzunehmend ist. Würdest du sagen, dass der Film, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema schon auskennt, dass er irgendwie neue Sichtweisen, neue Facetten, neue Aspekte offenbart? Oder zeigt er einfach nur das, was, wenn man sich, wie gesagt, ein Thema auskennt, schon weiß? Er zeigt, würde ich sagen, also ja gut, wenn man sich mit dem Thema auskennt, dann wird man jetzt hier nicht viel Neues sehen, aber das auch eher so in Anführungsstrichen, weil das, was man hier sieht, das sollte man sich ansehen, ob es nun bekannt ist oder nicht. Und es zeigt eben vor allem, dass diese Geflüchteten ja wirklich ein Spielball sind zwischen den Staaten und deren Zuständigkeiten. Also da sind wirklich Szenen, da wechseln die erst von Belarus nach Polen und werden dann praktisch wieder rübergejagt. Und dann wollen die Polen sie wiederum wieder nach Belarus abschieben und dann machen wiederum die Weißrussentheater. Und hinzu kommt auch noch, dass die Grenzschutzbeamten ja auch generell ihre Spielchen mit denen treiben. Die werden zwar nicht jetzt alle als totale Arschlöcher illustriert, aber da gibt es halt welche, die ähnlich auch wie Schlepperbanden deren Not ausnutzen. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo einer Geflüchteten irgendwie für eine Flasche Wasser 50 Euro abgeknöpft werden sollen und dann nimmt man ihr die Flasche doch wieder weg und verkippt sie einfach. Oder jemand anderem gibt man eine Thermoskanne zu trinken, schmeißt die über den Grenzzaun, die mit Glasscherben gefüllt ist. Solche Sachen. Und das ist schon, das ist wahnsinnig unangenehm, es ist wahnsinnig erschreckend, aber zugleich auch einfach wahnsinnig ungeschminkt. Also an vielen Stellen musst du dir einfach immer wieder klar machen, dass das hier ein Spielfilm ist und keine Dokumentation. Und das ist das Erschreckende, aber auch das Einnehmende daran. Es klingt ein bisschen, wenn man es ganz, ganz böse pauschalisieren möchte, auch ein bisschen nach Misery Porn. Kann der Film sich dagegen ein bisschen erwehren, zum Beispiel indem er uns auch Charakterentwicklungen bietet oder sehen wir wirklich jetzt nur 130 oder 120 Minuten dabei zu, wie Leute erniedrigt werden und dann kommt der Abspann? Ich würde Misery Porn wirklich überhaupt nicht hier anbringen. Dafür ist der Film eigentlich zu differenziert und er zeigt durchaus Charakterentwicklung, zum Beispiel anhand dieses Grenzschutzbeamten, der am Anfang eingewiesen wird mit reiner, ja muss man schon sagen, Ideologie. Also da steht ein Vorgesetzter, der den in Vortrag hält von wegen, das sind keine Menschen und selbst wenn ihr denen was zu essen geben wollt, dann werden die davon ausgehen, dass es vergiftet ist. Und er wird dann auch als ziemlicher Sexist illustriert, aber trotzdem merkt man doch, dass denjenigen, welchen, also eben diesen jungen Grenzschutzbeamten, dass den das belastet. Und der wird unter anderem auch mal, also der hat eine schwangere Frau zu Hause sitzen und die merkt dann auch so langsam, was der eigentlich da für eine Arbeit macht. Und am Anfang stehen aber beide doch relativ dahinter, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo seine Frau, also nur seine Frau im Supermarkt gezeigt wird und dann gibt es da einen Konflikt an der Kasse und dann schmeißt die eben, also die Frau dieses Grenzschutzbeamten schmeißt eine Dame entgegen, ja von wegen, ja sie können die ja alle bei sich aufnehmen und und so weiter und so fort. Also wirklich so diese ganz typischen populistischen Narrative, was Geflüchtete angeht, die man ja auch zum Beispiel, leider muss man sagen, auch nicht nur aus Polen kennt, sondern teilweise auch aus Deutschland. Es ist ja so, vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, paar Tage waren Hunderttausende auf den Straßen und haben demonstriert gegen braunes Gesocks. Ist Green Border ein Film, der, ist es ein massentauglicher Film oder glaubst du vielleicht, dass der Film sich durch seine Inszenierung auch ein gewisses Publikum einfach versperrt, weil er halt vielleicht zu verkünstelt ist, zu verkopft ist oder auch vielleicht ganz einfach zu hart? Also als zu verkopft würde ich ihn nicht bezeichnen. Er hat eben verschiedenste Blickweisen, ist aber eben auch nicht an die breite Masse gerichtet. Das fängt schon damit an, dass eine gewisse Distanz zu den Bildern eigentlich nur dazu aufgebaut wird, dass das Ganze in schwarz-weiß ist und zwar durch die Bank. Dadurch wird noch so ein bisschen, also eine gewisse Anschlussfähigkeit vielleicht an Massenpublikum in Ansätzen ist vielleicht noch vorhanden, aber eigentlich nicht und das ist aber auch vielleicht gut so, auch wenn ich sagen würde, dass ja eigentlich so viele wie möglich diesen Film sehen müssten und jetzt nichts gegen den grandiosen The Zone of Interest, den wir ja auch schon besprochen haben, obwohl, nee, ist zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht draußen, aber freut euch drauf. Da finde ich schon ein bisschen schade, dass der hier tatsächlich nicht beim Auslands-Oscar dieses Jahr berücksichtigt wurde, weil es ist schon ein wichtiger Film und es ist auch ein Film, der einfach auch perfekt in diese Zeit passt. Nicht nur was generell diese ganze Situation angeht, sondern er schlägt gegen Ende auch noch den Bogen zu, naja, zum Beginn des Ukraine-Krieges und führt auch noch mal vor Augen, was grundsätzlich schon diese ganze Lage, die ja seit 2015 oder 2014 eher schon in Europa herrscht, was die für Opfer gefordert hat, das wird am Ende noch mal eingeblendet, sondern eben auch wie das, also im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, auf den Angriffskrieg von Russland, inwiefern das noch mal auf eine neue Ebene gehoben wurde. Gibt es denn eigentlich so, also du hast schon gesagt, es sind viele Figuren drin, aber gibt es so eine Art, ja, charakterlichen Fixpunkt, auf den man sich als Zuschauer einlassen kann oder ist es einfach so ein Wüst aus ganz vielen Figuren, ohne dass man jetzt wirklich sich jemanden rauspicken kann, wo man sagt, okay, das ist eine, ich nenne es mal ganz grob eine Identifikationsfigur. Also eine Identifikationsfigur ist am allerersten noch diese Psychologin Julia, die wird am Anfang mit ihrem eigenen Handlungsstrahl eingeführt, der dann eben mit dem um verschiedene Grenzeaktivisten verknüpft wird. Damit kann man noch am ehesten connecten, würde ich sagen. Also man versteht auch ihre Antriebe und wie sie da auch erst hineingezogen wird und letzten Endes auch aus ihrem relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen, die ist jetzt zwar nicht reich und gut betucht, aber die führt schon ein relativ gutes bürgerliches Leben und wird dann da eben auch herausgerissen. Und ich glaube, damit kann man sich schon irgendwo identifizieren und dass dann da auch ein gewisser Idealismus wahlweise Einzug hält oder durchbricht. Auf der anderen Seite ist aber auch dieser Grenzschutzbeamte nicht ganz uninteressant, weil man merkt, wie jemand, der an für sich wahrscheinlich gar kein schlechter Mensch ist, wie der eben in dieses Getriebe aus, ja, Indoktrination, muss man leider schon sagen, gerät und dadurch dann irgendwo auch, ja, seine Menschlichkeit verliert. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausmachen können. Was ich generell ein bisschen schwierig finde von der Erzählweise her, ich hatte ja schon gesagt, vier Episoden sind das praktisch, die dann so ineinander fließen nach und nach. Ich hätte, glaube ich, also das mit der Psychologin, das hätte vielleicht ein einzelner Strang für sich sein können und die Aktivisten hätte man, glaube ich, nicht vorher nochmal, also die werden halt vorher eingeführt und sie dann erst später und eigentlich ist das ja letzten Endes dieselbe Storyline, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite wollte man wahrscheinlich dieser Julia auch noch ein bisschen mehr, ja, Platz einräumen. Man sieht zum Beispiel auch mal kurz, was sie für ein Verhältnis auch zu ihrer Mutter hat und die hat dann auch ganz große Berührungsängste, über ihr bürgerliches Leben hinaus aktiv zu werden. Also von wegen, ja, also ich habe ja da und da gestanden vorm Gericht mit Kerzen und protestiert, aber wirklich jetzt ins Grenzschutzgebiet, in die Sperrzone will ich mich dann doch nicht begeben und ich will auch nicht, dass du mir diese Videos zeigst und so weiter und so fort. Klingt ein bisschen danach, als ob Green Border vielleicht auch Großteil des Publikums vielleicht auch ein bisschen überfordern könnte, oder? Möglicherweise, man muss sich auch darauf einlassen und der Film ist auch teilweise wirklich ein, also das ist ein Kraftakt, der auch echt im Magen liegt irgendwo dann, aber das müssen solche Filme vielleicht auch. Der ist halt wirklich sehr, 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 sehr ungeschminkt, verharmlost in meinen Augen absolut gar nichts und das kann ich auch sagen, man sollte den möglichst, ich weiß nicht, vielleicht bist du da besser informiert, ich könnte mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich auch ohne deutsche Synchro in die Kinos kommt. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, aber Piffelmedien kann sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass der trotzdem synchronisiert rauskommt. Das kann ich aber, wie gesagt, jetzt weder dementieren noch bestätigen. Du hast ja gesagt, der Film ist so größtenteils ein Schwarz-Weiß. Ich glaube, ich habe mitbekommen, die Eröffnungsszene ist, glaube ich, in Frage. Ganz kurz. Ganz kurz. Und es ist ja so, dass Schwarz-Weiß immer auch was Ästhetisches hat. Egal, ob du jetzt die krasseste und brutalste Szenerie hast oder das niederschmetterndste, was du je gesehen hast, Schwarz-Weiß hat immer was sehr Ästhetisches. Und der Kameramann ist ein gewisser Thomas Schnaumjock, der hat auch schon mit Claire Denim gedreht. Das heißt, das ist ein Mann, der sich wahrscheinlich im visuellen Bereich sehr gut auskennt. Mal abgesehen jetzt von der Politik, die dieser Film verfolgt und die Aussage, aber rein von der ästhetischen Ebene, wie sieht er aus? Wie fühlt er sich an so vom Look in Piffel? Er sieht gut aus. Er ist handwerklich in jedem Fall kompetent gemacht. Aber ästhetisieren beispielsweise tut er das Ganze gar nicht. Und man hat eigentlich, also ich persönlich habe irgendwann auch vergessen, dass das alles in Schwarz-Weiß ist, weil ich da so reingezogen wurde. Und der Film ist wirklich teilweise sehr unangenehm, auch sehr sparsam in seiner Inszenierung. Es gibt zum Beispiel kaum mal wirklich Musik. Und gerade am Anfang, hatte ich ja schon gemeint, geht es schon wirklich so ins, ja, Semidokumentarische. Aber das ist vielleicht auch durchaus eine Stärke davon. Also ich war wirklich sehr beeindruckt und teilweise auch wirklich, wirklich, wirklich schwer betroffen. Also wenn man vor allem ein Problem damit hat, wie kindliche Schicksale ihren Lauf nehmen, dann könnte das schon an einer Stelle echt hart für einen werden. Okay, also das Wohlfühlkino des Frühjahrs ist Green Border. Nee, und das sollte ja auch nicht sein. Hör ich damit raus. Also, also, nee, also das, das, das ist hier nicht das klebrig süße Flüchtlingsdrama, was man, was man vielleicht aus Deutschland kriegen würde. Und das sollte es auch nicht sein. Und das ist auch gut so. Hast du noch irgendwas, was du zu The Green Border loswerden möchtest? Ähm, so weit jetzt eigentlich nichts mehr. Ich kann ihn nur halt wirklich vielen ans Herz legen. Der wird allerdings wahrscheinlich gar nicht mal in so wahnsinnig vielen Kinos laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch relativ schnell im Fernsehen landen wird, weil, wie ich es im Vorspann gesehen habe, ist das eine Koproduktion oder zumindest hier die deutsche Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit ZDF und Arte. Und deswegen könnte der relativ schnell in den Mediatheken aufschlagen, könnte ich mir denken. Und da gehört er auch hin. Aber es ist vor allem wirklich, wirklich kein Film für nebenbei. Und das ist das Beste eigentlich, was man in meinen Augen zu diesem Thema machen kann. Alles klar. Gut, dann überlasse ich dir jetzt noch einmal die Bühne für dein abschließendes Fazit zu The Green Border. Und ich sage noch ganz schnell, Green Border, das wiederhole ich einfach mal nochmal, erstattet am 1. Februar in den deutschen Kinos. Ja, Green Border, unangenehm, aber nicht auf die prätentiöse Weise, schonungslos, erschreckend. Und natürlich auch emotionalisierend, aber eigentlich nie, dass es irgendwie Gefahr laufen würde, zum Kitsch zu werden. Erzählerisch vielleicht ein bisschen ausschweifend ist auch schon sehr lang geraten. Also zweieinhalb Stunden, das haut schon rein. Aber wenn man die Möglichkeit haben sollte, ihn zu sehen anschauen. Und ich kann es nur nochmal sagen, es ist schade, dass der überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Gerade aufgrund der sehr, sehr tagesaktuellen, hochbrisanten Thematik, was die diesjährigen Auslands-Oscars angeht. Und alles klar, dann vielen Dank für deine Meinung zu Green Border. Ich sage vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Denkt daran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und natürlich auf unserer super tollen eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Guckt da gerne mal rein, könnt ihr auch Kommentare da lassen und ja, findet eigentlich alles von uns. Vielen Dank, ich sage Tschüss und Dominik, dir gebe ich das letzte Wort. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Danke. 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 Danke.